die sonne scheint der südwind bringt staub auf der sahara 24 grad wenig wind ideales wetter für Playa de Ingres südwind dürfte am ingles 1 hoch sein wenn man von zeitschi redet wird man letztendlich von der lehre von yin und yang und das heißt eigentlich so viel dass alles immer permanent im fluss ist ausladende bewegung yang ein und zurückholen yin da sind fluss koordiniert mit dem daitien dann ist das wo drum geht deshalb nicht verrückt machen lassen wenn der eine sagt hier mein taichi ist besser oder das andere letztendlich geht es um energie ich zeige euch heute zwei bewegungen aus der liesche taichi form machen wir in vier himmelsrichtungen nord, süd, osten, westen wenn ihr das mal selbst an einem strand probieren soll dann ist die herausforderung eigentlich nicht zu tief einzusinken ihr müsst die gewichten klar haben und die gewichten auf dem fuß fühlen so dass der ganze fuß aufliegt dass er nicht zu sehr einbuddelt versuch bei den bewegungen die ausladend sind auszuatmen und bei den bewegungen zurückkommen einatmen ich mache nur zwei bewegungen versuche zwei stände zu machen in alle vier himmelsrichtungen das zeige ich ihnen meditation im bewegung guckt dass ihr ein gefühl dafür bekommt dass ihr euch entspannt dabei eine aufrechte position habt ich hoffe es macht spaß es lohnt sich wirklich es sagt tschau